hallo leute heute mal wieder eine sondersendung aus dem lp studio um was geht's ganz einfach am 30 4 ab 19 uhr findet ein spenden stream statt und zwar für kinder aus der ukraine veranstaltet vom deutschen kinderhilfswerk wer organisiert das ganze dieser stream wird organisiert von paul's klemmbausteine und pandoras box was wird gemacht ganz einfach es werden klemmbaustein sets zur versteigerung freigegeben und der erlös geht an diesen guten zweck wir sind ebenfalls mit 20 gebrauchten sets dabei zum größten teil leger und er steigert es ist für einen guten zweck und ausnahmsweise drücke ich mal nicht euch die daumen sondern den kindern ich wünsche ihnen jetzt viel glück